So schaut Herr Zahner vom Ausbildungszentrum der Schweizer Fleischwirtschaft. Herr Zahner, es heisst ja eben Fleischfachmann und da gibt es die verschiedenen Unterschiede. Die Unterschiede zwischen der Ausbildung in so einem Metzgewinner Platz besorgt sind und einer grossen Betriebe, gar noch wie es sie ist, von der Ausbildung hat? Es ist tatsächlich so, dass natürlich in einem Grossbetrieb die Automatisierung... Ja, ich liebe Freunde. Dort hat der Bauer auch die heute Morgen. Ich bin am Trügen. Trüge für Türkis oder am Montag Türkis Platz. Ich habe noch einen alten Dreischartflug im Einsatz. Hier wieder das Teichertasten drücken. Dann kommt der Traktor für wenig. Auch hier bestellt ist die Geschwindigkeit. Und da ist, weil ich einen alten Flug habe und in einem Wittmann schon möglich. Ich fahre 600 Kilometer. Und das macht mein Traktor jetzt mit 1.200 und 1.300 Drehungen. Ich könnte noch mehrmals auch schneller fahren. Aber hier ist die gute Flugarbeit wichtiger. Dass das Grasflug zum Geflug wird und nicht oben aufliegt. Warum fahre ich nur 6 Stundenkilometer? Wir sehen uns in der Krä等等 bis.